Willkommen zurück bei Black The Fall. Gut, jetzt heißt es allerdings, ja, mal schauen. Ich muss wahrscheinlich hier hoch. Bin mir nicht sicher, warte mal. Ähm, hm, ne. Okay, so. Ähm, hm, nein. Ich muss gerade mal überlegen, wie ich jetzt hier am besten, äh, interagiere. So, ähm, ich grüße mal mein Hündchen hier wieder her. Ah, nein, 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 nein. Oh, ne. Das ist doof. So, warte mal nochmal. Einmal hier. Ach, das hat noch nicht gereicht. Okay, machen wir es so. Und dann. So. Dadadadada. Okay, so. Einmal hier hoch. Wasch? Ah, ne, hoch, ja. Hoch ist, ich weiß nicht, ob das was bringt. Kann ich hier durchkriechen? Natürlich nicht. Toll. Das wäre zu einfach. Okay, nochmal das ganze. Nein, 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 nein. Warte, 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 so. Zack. Dahin. Und dahin. So, okay. Und los geht's. Weiter geht's. Viel mehr. Ja, das ist natürlich... Okay, so. So. Einmal Hundi hierher holen? Das müsste ja eigentlich... Oh, hoffentlich nicht. Bitte, 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 bitte. Was? Da war doch gar nichts. Hä? Och, Mensch. Das gibt's doch nicht. So. Ich werde das Gefühl nicht los, als wenn dieses Nest da oben irgendwas... Irgendwas zu bedeuten hat. Ach, warte mal. Können wir nicht? Nee, können wir nicht. Ich dachte, ihr könnt jetzt irgendwie hochklettern und auf dieses Nest steigen. Oder wa... Ah, warte, ich hab ne andere Idee. Ich hab da ne andere Idee. Vielleicht funktioniert's ja. Mal sehen. Ich befürchte zwar... Haha. Haha. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube... Waaah. Reicht das schon? Bestimmt nicht, oder? Ah, warte, 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 warte. Ich hätte da eine Idee. Ich hätte da eine Idee. Nein! Okay, 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 okay. So, jetzt hier. Hier rüber. Ganz langsam. Ja. Oh, das... Jetzt war es ein bisschen knapp, glaube ich. Ich glaube, da komme ich nicht ohne... Schön vorsichtig. Nein! Äh, wie... Warte mal, äh? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, weil... Nein! Ich volli... Hm. Okay, nochmal. So. So. Und... Einmal hier her. Ähm... Ne, ich bleib unten. Ich bleib unten. Erstmal hier her. Dann hier her. Dann hier her. Ja. Ähm... Und dann, glaube ich, hier her. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss einen Schritt, glaube ich, nur machen. Ja. Okay. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Nein! Ne, da kommt er nicht ran. Definitiv nicht. Scheiße! Okay. Reicht das ja recht. So, einmal die Ecke. Mann! Verdamme ich! Das hat irgendeine... Irgendeine Bewandtnis hier garantiert. Ich muss... Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Okay. Hm. Vielleicht war es auch einfach zu weit. Nein! Ähm... Ich muss da hoch, glaube ich. Das Blöde ist nur... Nee, das wird nix. Das ist... Boah! Verdammt mich! Ich denke, ich komme da... Ich muss da irgendwie... Ich muss auf dieses Nest da hoch. Glaube ich. Ich muss den hier irgendwie... rüber lenken. Alles klar. Nein! Alles klar. Genau. Das da... Mann! Warte mal. Oder war das... Okay. So, warte mal. Lenken wir ihn mal. Hier, hier. Nein! Ich voll... Aber ich glaube, das ist richtig so. Ich glaube, das ist richtig so. Okay. Nochmal. Wir fahren mit dem Nest sozusagen über die... No. Über die Laserstrahlen. So, mein Freund. Komm mal her, hier. Das müsste vielleicht schon reichen. Ey, wieso? Was... Vielleicht muss ich erst dann vorbei. Vielleicht muss ich erst dann vorbei. So, einmal in die Ecke wieder mal. Oh, Mann, nee. Ähm... Warte, 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 warte. Genau. Ich mach's mal jetzt wieder wie vorhin. Ich mach's mal wie vorhin. Äh... Nee, das ist nicht so gut. Äh... Warte mal. Ah, Pol. Warte mal, warte mal. Bäh. So, es ist zu weit weg wahrscheinlich. Okay. Nein! So, einfach nur hoch. Hüpp! Und das wird wahrscheinlich zu weit weg sein. Hüpp! Aha! Alles klar. Äh... Jetzt ist die Frage, kann ich hier oben weiterlaufen? Bestimmt nicht, oder? Ich seh's grad nicht. Aber, ich kann folgendes tun. Was, war das zu weit weg? Nein! Ach, Mann! Ich hab doch gar nichts gemeint. Ne, he, he, he. Ich ist doch schon... Oh! Ach, ich bin da schon oben. Ach, nee. Warte mal. Joi! Vielleicht vergessen zu springen. Na logisch. Ah, verdammt. Hö! Ähm, das ist wahrscheinlich nicht die... Ne, also ich muss definitiv das Nest erst mal herfahren lassen. Vermutlich. Okay, dahin. Ah, feier, 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 feier. So, jetzt bin ich... Genau. Kann ich ihn hier... Kann ich ihn weiterfahren lassen? Nein! Oh, ein Glück, ein Glück. Alles klar, endlich, meine Fresse. Alter, Finne. Okay, weiter geht's. Keine Rast. Headpal. Au. Machen wir wieder ein... Sprunken, äh, Funken sprühender Schaltkasten. Funken sprühender. Na gut. Alles klar, kann ich hier... Nein, bin ich doch da. So, genau, zurück. Ähm. Und zack. Okay. Alles klar. Es summt. Ich hoffe, das ist nur die... Ist das im Spiel? Ich hoffe doch, oder? Ja, es ist im Spiel. Es ist im Spiel. So. Mal ein bisschen rennen zwischendurch. Kann durchaus sein, dass es hier wieder ein bisschen länger dauert mit dem... mit dem Fußmarsch. Okay, die Kamera zoomt raus. Und der nächste Scanner. Ja. Oh. Ähm. Ich muss mich wahrscheinlich... Genau, mit dranhängen. Ich fahr mal einfach weiter. Na, suchen die uns etwa? Ich hoffe nicht. Oder doch. Oh oh. Oh oh. Okay, ich kann nicht eingreifen gerade. Was? Oh nein. Ah, okay. Näh. Haben die uns etwa gekascht? Es scheint so. Oh nein. Ah. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wie weit das Ding... Oh doch. Es geht noch weiter. Und schön pendeln. Okay, einmal. Und nochmal. Baff. Jawoll. Okay, unsere Lampe ist immer noch weiß. Es ist gar nicht so schlecht. Okay. Ich glaube jedenfalls. Okay, und weiter geht's. Und irgendwie sind wir angeschlagen. Äh. Ja bitte. Ich lauf mal einfach weiter. Rennen können wir nicht. Wir humpeln eher. Oh wei, oh wei, oh wei. Und das hier. Scheint nun wirklich die Endstation zu sein. Es wirkt auf jeden Fall wie ein Gefängnis. Und das wird es wahrscheinlich auch sein. Oh, ist das böse. Hier liegen schon Leute herum die vermutlich oh, die sind exekutiert worden wie es ausschaut. Da liegt auch glaube ich ein Wärter rum. Vielleicht war es eine Meuterei. Oh, düster. Düster. Hier liegt auch so ein Wärter und weder pennt er oder ist tot. Und hier der nächste Scanner. Drucken können wir uns auch nicht. Ich hoffe, ich war nicht so langsam jetzt hier. Wahrscheinlich müssen wir hier kurz stehen bleiben. Ich tue es einfach mal. springen, springen ist auch nicht so wirklich. Ähm. Ich. Weiß ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Es müsste es eigentlich einen Schatten geben. Baa. Ja. Mal los zurück. Oh ja, wie gesagt. Brennen können wir nicht. Überhaupt gar nicht. Aber ich komme hier nicht weiter, oder? Ich komme hier weiter. Wenn ich jetzt hier durchzapere, dann ist... Ja. Höh. Ah, okay. Okay, hinterher. Ähm. Scheiße. Wo war denn der Sch... Da gibt es einen Schatten? Da gibt es einen Schatten. Okay, da gibt es einen Schatten. Hinterher, hinterher. Schnell. Ja, schnell. Nein. Nein, 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 nein. Wir haben es nicht geschafft. Ich muss schneller sein. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Nein. Oh, jetzt war ich zu schnell. Nein, 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 nein. Okay. Das ist eine Herausforderung. Okay. Warten, 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 bis der Schatten eintrifft. Okay, und... Los. 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 Nein, nein. Nicht stehen bleiben. Oh. Paff. Alter. Wir müssen... Gleich, sofort, wenn der Schatten kommt. Und hinterher. Schnell, schnell. Ah, schnell ist nicht. Ist nicht. Ist nicht, ist nicht, ist nicht. Oh. Ui, 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 ui. Nein. Oh, ne. Scheiße. Alter, ist das ja ausfordernd. Pff. Los. Ähm. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wo wir jetzt hier... Jetzt ist das... Jetzt ist hier Schatten. Hier ist ja nichts. Ah, okay. Jetzt kommt bestimmt zurück, das Ding, oder? Oder fährt das weiter? Weil ich komme jetzt hier definitiv nicht vorbei. Und ich würde mich gerne nach links umschauen, nach rechts und überall hin, aber... Ich kann es leider nicht. Und das wird doch jetzt... Das geht ja daneben. Das kann doch gar nicht gut gehen. Ne. Ne, niemals. Niemals ist da irgendwo... Boah. Doch, 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 doch. Oder? Ne. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht. Ja. Alter. Scheiße. Scheiße. Weiter rennen hier. Vielleicht nicht so schnell. Ich war mit meiner Lampe wahrscheinlich da schon drin. Da gibt es einen Schatten, aber es ist... Alter, wie soll das... Wie soll das gehen? Kommt man hier nicht vorbei? Ah, warte mal. Doch. Ich glaube, ich weiß wie... Ich glaube, ich weiß wie... Vielleicht. Schnell, bevor der nächste... Na los, hoch. Ja. Okay. Und hier muss ich wahrscheinlich oben rauf springen, oder? Mich daran festhalten. Ich weiß es nicht. Scheiße, 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 scheiße. Ich kann doch nicht... Nö. Wie soll ich das... Oder muss ich... Warte mal. Kann ich hier... Kann ich auf das Ding hier oben... Nee. Nee, das ist zu... Ich habe zu lange gewartet. Nein. Och. Ah. Ich glaube, ich weiß. Los, hoch. Oh. Na los, schnell da... Nochmal schnell hinterher, 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 hinterher. Könnte ich da ran. Hüpp. 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 Nee, hochziehen kann ich mich nicht. Kann also nur warten, bis ich... ...durch mal angekommen bin. Alter, das ist ja echt... Miese Sache. Eine miese Sache. Okay, jetzt... ...schnell hinterher. Alles klar. Und hier scheint... ...der Ausgang zu sein, aber das... ...kann aber täuschen, oder? Ähm... Hier ist irgendein Schüttel. Sieht aus, so ein bisschen wie... ...wie bei den Bergleuten. Ähm. Okay. Äh, irgendwie muss ich... Ah, ich muss da hoch. Okay. Ich muss erst mal warten, bis der Haufen groß genug ist. Ausschalten kann ich hier nichts mehr. Also warten wir ab. Okay, das war's schon. So, einmal den Berg hoch hier. Oder den Hügel für mir. Berg. Und von da oben... ...er hat echt Schwierigkeiten, sich da hochzuziehen. Er ist definitiv angeschlagen, unser Kumpel. Und was mir gerade auffällt... ...jetzt erst auffällt... ...erstaunlicherweise... ...unser Kumpel, unser kleiner Freund, unser Hund... ...unser Roboterhund ist auch nie mehr vorhanden. ...und so schleifen wir uns hier. Oh. Naja. Ohne Worte. Durch diese... ...Hölle. Oh, fuck. Ähm. Ich muss mich reinlegen hier. Wahrscheinlich. Okay, da vorne. Jetzt geht... Nein. Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Oh, fuck. Hat nicht gereicht. Okay. Ich beeile mich ein bisschen. Vielleicht komme ich ja noch zu dem zweiten... ...zwarg. Äh, fuck. So, jetzt. Vielleicht komme ich noch bis hierher. Okay, hier rein. Okay, und liegen bleiben. Na, ich hätte auch noch zu dem nächsten gekonnt. Aber das ist das Mal. Das war nicht so richtig. Okay. Schön cool bleiben. Und ich... Okay. Und... ...aus. Und weiter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit einem Rutsch durchkommen. Ich hoffe doch. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und weiter. Und weiter. Oh, das sieht ja aus. Sind wir etwa jetzt frei? Sollte das die Freiheit sein? Wahrscheinlich. Nicht schon. Nicht. Oder? Oh, Mann. Okay. Ist das die letzte Tür? Die wir durchtreten. Durchtreten? Durchgehen. Da liegt ein Mac. Am Boden. Nach Freiheit sieht das aber nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier weiterlaufen kann. Oder sollte. Weiß es nicht. Ich lauf einfach weiter. Ich weiß nicht, ich kann hier gar nichts machen. Ich hoffe, ich bin mal zurück. Kann ich hier irgendjemanden anquatschen? Scheiße. Wenn das nicht traurig wäre hier, das Ganze. Nicht so düster. Ich kann hier gar nichts machen. Ich schlaufe mal weiter hier. Oh, ich glaube, das ist... Könnte ich das Ding hier betreten? Oh. Okay. Oh. Ähm. Er rumpelt genauso wie wir. Kann ich hier irgendwas... Nee. 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 Weiß sie ein, die Mauer. Weiß sie ein, die Mauer. Ich kann jetzt weitermachen, als... ...um nur weiterzugehen. Ja. So, und wir laufen wieder ganz normal. Und hoffentlich letztendlich jetzt in unsere Freiheit. Hammer und Sichel sind draus geschnitten worden. Sehr gut. Aber ein bisschen schneller. Ja. Ja. Ein bisschen schneller. Ja. 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 Na ja. 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 Ey. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und damit sind wir wirklich in der Freiheit eingelangt. Ja, und jetzt kommen die Credits. Das war Black The Fall. Ein endzeitlich düsters Spiel. Mit einem doch recht, ja, schönen, in Anführungsstrichen, schönen Ende. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Während wir hier durch die Credits marschieren, laufen, marschieren, ja. Und würde mich freuen, euch eventuell in einem der nächsten Videos oder Let's Plays oder was auch immer zu sehen. Also dann. Macht's gut. Tschüss. Und wir legen die letzten Schalter um. Tschüss. 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 Vielen Dank.